Ja, willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Diesmal spiele ich mit, ähm, dieser Klasse. Fingerfertigkeit Pro mit der Vector Schallgedämpft und der Rafika, ähm, FMJ halt. Mal gucken, wie es so läuft. Zehn, neun, acht, die Tüber sind beide raus. Ne, Weicher ist noch drin. Aber das werden wir schon regeln, würde ich sagen. Bing, 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 bing. Das Witzige ist, die gehen alle raus, damit die neue Lobby finden können, ähm, weil die Map scheiße ist, oder die finden die Scheiße. Das Geile ist, dass es gar keine Lobbys mehr gibt und die jedes Mal wieder in diese Lobby reinjoinen. Äh, wie ihr gleich sehen werdet, wenn die nochmal reinjoinen. Da oben kommt Buddha-Brot, mal gucken, ob er mir nachjoinnt, ein Abonnent. Ähm, sehen wir gleich. Ich bin auf jeden Fall Host, ist schon mal sehr schön. Wegst keine Legs mehr und Spacks mehr und, äh, mii mii mii. Frei für alles. So, Vector Schallgedämpft. Ich wette, ich werde direkt gepownt. Siehst du, da kommen sie nämlich alle wieder rein, die gerade rausgegangen sind. Keine Gefangenen, Kameraden. So. Keiner da heute? Ich glaube, ich habe die falsche Klasse. Ja. Uh. Hallo. Ausgetrickst. Ja, da ist keiner. Ja, ja. Oh, da kommt der A12-Terror wieder. Den liebe ich ja. Hallo. Da ist auch einer ja geflitzt. Geil, spiele ich jetzt mit. Mit dieser Klasse. Ist ja eigentlich die gleiche, nur dass Fingerfertigkeit anstatt Marathon drin ist. Aber. Das geht schon. Ups. Machen wir hier mal einen auf Runner. 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 Gucken wir, was uns hinter dieser Tür erwartet. Keine Gegner. Da kommt ein schön Tier rein. Au. Macht er ein Double. Ich habe eine UAV. Und Call of Duty möchte ganz kommen immer wieder zurück. Schade ja nicht. Aber. Sonst eigentlich Standard. So, jetzt geben wir die Muni alle. Ja, nehmen wir hier mal die Skyage mit. Und. Tju. Oh, ich treff sogar Hitmarker. Nice, ey. Ich habe gedacht. Hat er FMJ dabei? Ja. Stimmt. Das geht ja wohl noch. Oh, da war gerade einer. Da ist keiner drin. Noch einer. Ne, freut mich. Schicken wir mal einen Harrier nach draußen. Da kann er die einzigste richtige Sache anlegen. Umdrehen. Gegner kommen. Da wird aber gleich einer kommen. Na ja, schicken wir jetzt noch mal meine Predator los. Machen wir mal so, dann kriegen wir gar keinen. Ich hätte gedacht, ich kriege jetzt einen von den beiden Spassaden. Au. Sehr schöner M4-Camper in der Ecke. Kriege ich den von hier. Ne. Schade. Kann ich mal orientieren. So. Pohnen wir da noch einen. Hier. Das ist so schön das Spiel. Ich weiß nicht, warum ich liebe es einfach. Schon wieder eine UAV. Da muss der mich Ponus verklaren. Kann man nichts machen. Luhu. Was kommt denn einer neben mir? Schmeißen wir mal so. Sitzt sie? Hitmarker. GT. Oh, weg hier. Keine Reflexe hab ich, ey. Ohne Müll. Den hätt ich locker kriegen müssen. Jetzt aber. Hä? Erstmal weg hier, ey. Da ist... Oh! Nachladen! Oh, jetzt hab ich geschwiegen. Das wollte ich nicht. Da oben ist einer, da oben ist einer! Will ich haben! Au, von drei Seiten schießen sie auch nicht. Komm! Komm! Aufklärungsdrohne einsatzbereit! Oh, du bist nicht von dem! Oh! 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 Oh, oh! 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 da einfach und so, ne, also, ja, liken, favorisieren, kommentieren, abonnieren und am besten überall posten und dann fragt ihr eher Tutorial, ob der schwul ist und was weiß ich, nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall, jo, ciao.